Ich bin später dran dran. Wie finden Sie die Einstellung der Fans während des Spiels? Die finde ich sehr gut. Sie haben gestern wieder sehr gute Stimmung gemacht. Wir hatten auch zwei neue Einheizer und ich denke, dass sie gestern den Job sehr gut gemacht haben. Was mögen Sie denn am meisten in Köln? Im Kölner Dom. Eigentlich alles, was diese Stadt so lebenswert macht. Haben Sie ein Lieblingsgebäude in Köln vielleicht außer dem Kölner Dom? Ja, ich gehe gerne in ein bestimmtes Restaurant in Köln-Silz. Massimo. Ja, Adau. Oder in der Fitschland. Nur mehr Rennen. Danke. Das war's schon.